Jo, was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LateShift. So, weiter geht's. So, wir haben jetzt dieses komische Ding gestohlen, diese Tasse oder was auch immer das auf uns sein soll. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weiter geht. Juhu! Oh, ich erwartet nicht, dass es so schmutzig geht. Ja, immer schon anzuschneiden, ja. Ja, es gibt fünf. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass du nicht auf die Tasse hast. Facts, ich glaube. Ja, ich sollte definitiv nicht auf die Tasse gehen. Ja, ich sollte definitiv nicht auf die Tasse gehen. Wir lassen die Wagen hier stehen oder was? 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 Scheinbar nicht. Ist sie jetzt die einzige Überlebende? Scheinbar, ne? Komm her, komm her, komm her, komm her. Was ist das? Oh, das ist das, das ist das, komm her. Wir müssen uns weg von hier. Wo sind wir? Uhhh, bring mal die Schrift, Sven. Wir nehmen den Bult zu Wu's, um zu Ende zu haben. Du bist ein Wuss? Ja, aber das war der Plan, nicht? Was willst du tun, Mei Ling? Du willst hier bleiben? Mei Ling? Überzeuge sie. Schau an mich. Schau an mich. Du kannst nicht entscheiden, okay? Du musst etwas machen. Nimm sie mit. Komm her, komm her, okay? Wir müssen gehen. Geht ihr? Wir müssen nochmal die Bult. Komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Ich sache, komm her, okay? komm her. Du bist, du bist, du bist, du bist. Hong Kong City Restaurant He's going well Excuse me We don't want to eat No problem Far this way Follow me please No 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 Mate mate We want to see the manager You want to see the manager? Want to see the manager You're not even eating? No Your health inspector? No No Is Mr Wu here? Mr Wu? Mr Wu, yeah I've never heard of Mr Wu Well How about the queen mate? You heard of her? Memory clearing You listen to me Tell Mr Wu that Mei Ling and Jeffrey are here to see him You tell him right now Or you can pay the consequences Okay You? Right here Have fortune cookie Hmm Lux cakes Never What do you say? I'll take one What do you say? Das ist ein Geheimnis, also kann auch nichts Gutes draufstehen. Was ist dein Geheimnis? Ich würde es gerne verstehen. Warum hast du das hier gebracht? Weil wir einen Deal hatten. Ich habe keinen solchen Deal gemacht. Ich habe dich nie gesehen. Schau, der Mann, der einen Deal gemacht hat, ist tot. Deshalb haben wir dir einen Ball gebracht. Mein Ball? Oh, eine Schüssel soll das sein? Oh, 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 oh. Das ist ein Geheimnis, aber ich habe hier geheimnis. Das ist eine Schüssel. Das ist sehr beeinflusch. Danke! Die Schüsselung der Schüssel in den ersten Platz ist nichts in der Erschung. Wir haben das für dich gekregen. Ich habe keine Art von der Falle gesagt. Nicht zu dir oder zu jemand anderen. Was? Die Schüsselung ist nicht nur eine Schmerzen. Es ist auch eine Schuld. Für die Troi-Familie. Die Prozession von diesem All ist eine Frage von Ehre. Sie haben für sie gewandt Krieg. Seine Preis ist über die Mehrheit. Und ich weiß, wie viel sie für sie bezahlt hat. Oh, 11,5. Und ich will nicht, mein Leben zu der Billen. Jetzt raus! Ich glaube es. Wenn du es hier zurückbringst, bist du tot. Das ist meine Frage, oder? Nicht mein Problem. Das habe ich mir auch gedacht. Das habe ich mir auch gedacht. Da wäre ich mir noch nicht so sicher. Das lief mir überhaupt nicht. Ich möchte noch wissen, was meine Fortun cookie gesagt hat. Natürlich. Ein junger Mann nicht zufrieden, was ein junger Mann zufrieden. Sie wissen, wie gefährlich sie sind? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Was ist das der Anpassung? Ich weiß, was das nicht so schön ist. Was ist das denn? Nein, wir gehen zur Polizei, Mei-Ling. Was ist das ein Plan? Wir lassen sie auf den ersten Platz. Das ist ein Plan ein Schlimmer. Es ist besser als die Ruhe von der Unfalle. Schau, wir brauchen zu schütteln von diesen Schnauern, bevor die Wahl zu verfahren. Wenn wir sie zur Polizei sagen, werden sie uns entfangen. Aber definitiv nicht. Ich werde es sogar 50 Prozent machen. Sie wissen, dass Ihre Kalkulationen von meinem Geist machen genau das gleiche? Du musst nur die Zahlen machen, um dich besser zu fühlen. Meine Geistungen sind auf die Informationen, die wir haben. Ja? Und die Rational-Mathematischen Algorithmen. Meine Geistungen sind auf die Erfahrung und meine gesamte Selbstbewusstsein. Wisst ihr, wie viele Prozent des Geistens der Geist sind? Wahrscheinlich weniger als einer. Nun, das ist ein Prozent. Also, glaub mir, wenn ich dir sage, dass die Polizei eine schlechte Idee ist. Da bin ich mal voll auf ihrer Seite. Okay. Okay, los geht's. Oh no. Uh. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Um, one of the room, please. Name? Smith? Smith, really. Would you have no eye in battle, or was? Did you believe we were telling you nothing about the job? Look, I'm losing, didn't I? Yeah, that's not what I asked you. No, I didn't watch this conversation, mate. I don't, no. No, I thought we were delivering the ball for 20% job done. I should be back out home by now soaking in the bottle. Shit, what? There's no bath. Oh, that's a terrible thing. Somebody must work on this thing. Why has no one tried to contact us? Is there any way we can get to just phone messages? Or what about that place in Chelsea? Maybe they've tried to contact us there. Just shut up, could you? Why did you do that? Because I felt like... Oh, definitely. That's the only action you'll ever see. I have the feeling. I have the feeling. Adrian Nunez will talk to us on that topic in roughly half an hour, right here on 10 channel views. I have the feeling. I have the feeling. I have the feeling. I have the feeling. It's believed to spide the extent of the hospital, which results in a hospitalization of... Shit. Oh, God. Is that us? A Chinese horse-symbol. To just be auctioned for the reported value of 10 million pounds. The criminals left the location in two high-performance sports cars and subsequently disappeared. There was an explosion involving a third vehicle, which occurred 20 minutes later beneath this flyover near Shepard Push. It was an explosion that completely destroyed the vehicle or the other. And the choice of belief that involves history. Your choice of words. I am deeply, deeply devastated by the Spirit. Never though it was in the future. It's a nightmare. It seems worthy. Oh, yeah. I'm very compassionate. Der ist tot? Ach du Scheiße. Der ist tot, dass wir ihn verletzen. Aber wir haben ihn verletzt. Wir müssen weg von der Stadt. Ja. Wir haben ihn verletzt. Wir sind verrückt. Wir sind sicher, dass er ihn verletzt wird. Wir haben ihn verletzt. Wir haben ihn verletzt. Hallo? Mr. Smear? Ja? Ich habe die Leute in der Reception. Ich habe sie in den Receptionen. Ich habe sie in den Receptionen. Ich habe sie in den Receptionen. Oh shit. Äh, öpple das Fenster. Ich zerbreche das Fenster. Ja, das sieht doch mal nach einem Plan aus. Ich werde dich professionell, motherfuckers. Go, 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 go. Oh Scheiße. Vertraue ihr. Vertraue ihr. Oh mein Gott, was haben wir getan? Was ist das? Was ist das? Was ist das? So die Leute. Ich mache hier mal einen Folgen-Break. Bis zum nächsten Pfad von Let's Shift. Bis dahin. Haut rein. Und Tschüss. Oh mein Gott. Gott. Und jetzt aber, wir schauen uns das zu.